Jennifer Aniston Jennifer Aniston Aniston erzählte, sie habe am Set von Suits Flirt an der Interaktionen und Küsse zwischen Markela und Adams miterlebt. Sie behauptete, dass ihre geheime Beziehung jahrelang gestanden habe und dass Markela Adams genutzt habe, um ihre Karriere voranzutreiben, und ihn verworfen habe, als sie Prinz Harry traf. Aniston drückte ihr Mitgefühl für Adams aus, die ihrer Meinung nach von Markeles Taten gebrochen sei. Aniston kritisierte auch Markeles Selbstdarstellung als Menschenfreundin und Feministin und warf ihr Manipulation und Egoismus vor. Als Reaktion darauf wies einsichtlich schockierter und wütender Markela Anistons Anschuldigungen vehement zurück und nannte sie eine Lügnere. Sie bestand darauf, dass ihre Beziehung zu Adams rein professionell und platonisch gewesen sei. Markele betonte ihre Liebe zu Engelsen, nannte aber ihren vollen Terminkalender und ihre Fernbeziehung als Gründe für ihre Scheidung. Sie drückte ihre Freude über Prinz Harry und seine Entscheidung aus, die königliche Familie zu verlassen, um ihre Privatsphäre und die ihres Sohnes Archie zu schützen. Markele zeigte sich auch stolz auf ihre Arbeit als Schauspielerin und Aktiviste. Der hitzige Streit eskalierte, als Aniston Markele als Hausräuber und Betrüger brandmarkte, während Markele Aniston als verbittert und eifersichtig bezeichnete. Trotz Winfries Vermittlungsversuchen stürmten beide Frauen von der Bühne und beendeten die Show abrupt. Der Vorfall löste eine erhebliche Kontroverse aus, bei der Fans- und Medienpartei ergriffen. Einige applaudierten ennesten dafür, dass sie Markeles wahres Gesicht enthüllte, während andere sie für ihre wahrgenommene Unhöflichkeit kritisierten. Auf der anderen Seite verteidigten einige Markele dafür, dass sie für sich selbst einstand, während andere ihre Glaubwürdigkeit und Integrität infrage stellten. Die Fede hatte auch Folgen für die Karrieren und den Ruf beider Frauen. Aniston, die bereits nach The Morning Show vor Herausforderungen bei der Suche nach neuen Rollen stand, erntete wegen ihres Verhaltens gegen Reaktionen einiger Fans und Kollegen. Unterdessen sah sich Markele, die wegen ihres Interviews mit Operakritik ausgesetzt war, weiterer Kritik und Feindseligkeit seitens der Öffentlichkeit und der Presse ausgesetzt, die ihre Motive und Moral infrage stellte. Patrick G. Adams, der Co-Star im Zentrum der Kontroverse, beschloss, zu schweigen und sich aus dem Rampenlicht zu halten. Glücklich mit der Schauspielerin Trojan Belisario verheiratet und hatte eine erfolgreiche Karriere als Produzent und Regisseur, ohne Interesse daran, sich auf das Drama einzulassen. Die anhaltende Fede zwischen Jennifer Aniston und Meghan Markle ist eine der aufsehenerregendsten und schockierendsten Geschichten des Jahres und zeigt, wie Rom, Reichtum und Liebe in Hollywood zu Konflikten und Skandalen führen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.